Kleiner Reminder an dich. Wenn dir Unrecht getan wurde, wenn dir jemand etwas weggenommen hat, wozu er kein Recht hat und dir geschadet hat, nichts ist in diesem Universum verloren. Es gibt einen göttlichen Ausgleich. Energetisch wird immer derjenige, der den anderen belastet, selbst belastet. Auf die eine oder andere Weise und vielleicht auch nicht unbedingt sichtbar vor unsere Augen. Und nicht durch einen bösen Gott im Himmel, der dann beobachtet und dann sagt, der war jetzt ungerecht, deswegen muss er bestraft werden, sondern es gibt einfach ein Naturgesetz, genauso wie ein Apfel runterfällt und nicht ins Universum fliegt. Genauso ist es auch so, dass wenn dir Unrecht getan wird, es nicht einfach so verloren und du stehst da und der andere steht gut da. Das heißt, es wird immer für einen Ausgleich gesorgt. Nimmst du jemandem etwas, was dir nicht zusteht, gibt es einen außergerichtlichen göttlichen Ausgleich. Dazu fällt mir gerade ein, am Buch von Marianne Williamson, der göttliche Ausgleich heißt es, glaube ich, ich werde es euch nochmal einblenden, nur nochmal als Erinnerung für dich, wenn dir Unrecht getan wurde oder schon seit Jahren Unrecht getan wurde. Du bist nicht alleine. Du hast geistige Helfer, da ist eine göttliche Liebe bei dir, auch wenn es dich so nicht anfühlt. Wenn wir aber in die Verbindung kommen, werden wir das spüren. Nichts ist in diesem Universum verloren. Wird dir Unrecht getan oder tust du Unrecht anderen, wird es auf die eine oder andere Weise immer wieder energetisch ausgeglichen. Und das in jeder Hinsicht. Ob jemand Gerüchte über dich verbreitet, ob jemand dir Geld wegnimmt, egal was da passiert. Und die göttliche Liebe, diese Energie arbeitet oft auch im Verborgenen. Das heißt, vielleicht wirst du es mit deinen Augen sichtbar nicht sehen, dass diese andere Person jetzt das zurückbekommt, was sie dir angetan hat. Aber sei dir gewiss, dass es immer einen Ausgleich gibt. Und das, was dir weggenommen wird, wird dem anderen genauso weggenommen, aber dir doppelt und dreifach auf eine andere Weise wieder zurückgegeben. Also vertraue darauf, dass du nicht alleine bist und dass immer dafür gesorgt ist, dass Energetisches immer ausgeglichen ist, was die Ungerechtigkeit betrifft. Und zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Die göttliche Liebe weiß, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Gott ist größer als all die Lügen, als all die Ungerechtigkeiten, als all das, was hier passiert. Es passieren Dinge, die sind ungerecht. Wir mit unserem Geist können uns das nicht erklären, aber es gibt immer einen göttlichen Ausgleich.